Hallo Youtube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Und heute sind wir Kegeln und heute gibt es 10 Arten für Kegeln Das ist klein Ja moin Apo und herzlich willkommen wieder von einem Video Heute sind wir Kegeln natürlich und jetzt seht ihr mal ein Wort von mir Die Legenden es machen, schotzen und lernt Digger willst du mich ficken? Ficken, ficken, ficken Opa und Gangnam Star Opa und Gangnam Star Opa und Gangnam Star Opa und Gangnam Star Ich bin Deku I Deku Ok Ich bin Deku Ich bin Deku Servus Leute, Kegeln Kegeln Ich bin Deku Und ich darf heute mal ganz gecheckt Und wir müssen in deinem neuen Video auf meinem Kanal Heute 10 Arten von Kegeln Hallo Wo macht man das? Wie ist es da steht? Ich bin von dem Verweiß Wo macht man das? Ich will der allerbeste sein, die keiner vor mir war. Scheiß drauf. Los, Pikachu, Donnerblitz! Scheiße, ich hab getroffen. Neustadt. Scheiße, ich hab getroffen. Das war nicht die Plan. Ja, Mann, da! Moin, moin, meine Albstiefenfreunde. In der Kreuz bin ich mein Kegel. Und ich darf mir sehr gerne vorbeiz... äh, Zuschauergruppe... ... die ich jetzt aus dem Weltbestenwurf auskommen bin. Schau dann und gönnt euch. Wieso fremde ich nicht? Genau, schaut bei meinem Shop vorbei. Get on my level. Alle Pudis, Smoothies könnt ihr euch alle kaufen. Cappy, Scuffs... äh, Scuff Camion vorbeischauen. Ja, tschau. Heute bin ich Kegel. Und heute werde ich jetzt meinen Wurf machen. Ich will das nicht damit sitzen. Ich treffe leicht. Ja, ich hab getroffen. Ich hab getroffen hier. Hier war Zeit. Zwei. So, jetzt kommt die zweite Buge. So. Zwei Stück. Wie zwei Eier. Zwei Uhr. Das war absolut vernehmend, Daddy. Alter, jetzt werf... Wie viele gibt's? Vier. Mindestens einen. Einen. Ich hab sag, mindestens. Werden nicht wüsste, aus dem Kleinen geworfen. Aus welchen Kleinen? Kleines Kegelns. Kleines Kegelns, okay. Okay, ich nehme den linken rein. Scheiße, gut ausgeworfen. Du hast noch einen Wurf. Gut ausgeworfen. Gut ausgeworfen. Ich bin dran. Okay, ich darf nur eine Kugel treffen. Ey, ein Wurf. Das ist Holz. Was ist das? Holz. Ich und mein Holz. Nur eine Kegel darf ich treffen. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich raus. Fünf. Fünf? Fünf. Scheiße. Meine fünf Freunde. Macht ihr mit. Ja, ihr macht. Das war jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Zehnarten von Kegeln. Dann würde ich einfach nur sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nicht vergessen. Uns auf YouTube abonnieren. Instagram. Alle sind verlinkt. Meine Schwester. Christoph. Und so weiter. Alle verlinkt. Einfach vorbeischauen. Tschüss. 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 Herzlicher. Angst. Kasich. Aber lass dich... Das war euch ein... ...und wie ganz viel... ...und wie ganz viel...